moin aus hamburg leute dieses wochenende entscheidet sich ob wir am letzten spieltag noch irgendwas um aufstieg mit zu reden haben aber dafür müssen wir erst mal heute selber in paderborn gewinnen und dann morgen bitte bitte hoffen dass kiel was gegen düsseldorf macht und wir gehen los und ich bin heute nicht alleine unterwegs ich bin heute mit dem guten kilian unterwegs was geht bro ich bin nämlich heute mit dem guten kiliano unterwegs vom kanal kiliano 1887 der ein oder andere von euch wird ihn kennen macht auch sehr geile hsv blogs und wir sind heute einfach mal zusammen unterwegs ihr werdet auch auf seinem kanal nachher den blog aus seiner perspektive sehen und ja wir sind von hamburg losgefahren sind gerade auf dem rastplatz und machen wir uns jetzt weiter nur das machen wir uns auf dem weg nach paderborn angekommen in paderborn leute drei stündige fahrt erster eindruck von paderborn relativ ähnlich wie bielefeld aber die legen ja auch ziemlich nah aneinander guck mal hier ist graffiti in diesem haus befindet sich der hauptbahnhof und da treffen wir uns jetzt auch noch mit einem weiteren kumpel aber die hauptsache an so einer auswärtsfahrt ist meistens erstens klar hoffentlich stimmt das ergebnis nachher und das wetter wir sind sogar sehr früh heute da also wenn ihr mal guckt es ist gerade mal 14 uhr 35 und wir stehen hier am hauptbahnhof noch keine polizei noch keine fans also noch ganz entspannt zeit die stadt zu erkunden zum von hsv momente ich hoffe du hast ein paar gute momente heute mitgebracht den grad genüssliche zur innenstadt und kommen an einer schönen paderborner kirche vorbei ist jetzt der beginn der einkaufsstraße oder was beginnt hier mit so einem schönen brunnen paderborn hat 150.000 einwohner das ist ungefähr doppelt so viel wie in die allianz arena rein passenden menschen das hat ziemlich alles eingedichtet hier in paderborn in der innenstadt in dieser einkaufsstraße deswegen kommt einem das auch so voll vor für nur 150.000 einwohner von der architektur die gebäude haben schon einen gewissen flair sieht auch echt clean aus die stadt muss ich sagen also hier liegt kaum kaum irgendwie müll rum das dicker wand da nutze ich doch die gelegenheit und klebe unsere nordtribüne inmitten der paderborn ultra stickers noch ein bisschen werbung machen von relativ neuen fanclub roten zu bord bergedorf auch noch mal angebracht hier vorm theater in paderborn weiß zwar jetzt nicht was das für ein gebäude ist aber hier haben wir noch mal die stadt von paderborn so ein bisschen nachgebildet für die akademiker unter uns fakultät und gymnasium heute richtig gruselig mit den beinen der körper ist einfach ab hier nochmal ein schöner boden mit einem bisschen könig aber auch so ganz kleine gassen hier auch mal schön durch zu gehen ja auch ein sehr schöner spot hier in paderborn also ich würde sagen jungs hier kann man gutes foto machen er hat übrigens auch gerade ein ganz freshes instagram bild hochgeladen also checkt es gerne aus auf seiner hsv momente instagram seite leute stand früher mal eine synagoge und jetzt wird hier mit diesem andenken gedacht an die jüdischen bürgerinnen und bürger die hier einfach schlimmes leid erfahren haben nach ein bisschen steppen hier durch die stadt in paderborn sind wir doch ein bisschen hungrig geworden und suchen uns etwas zu essen ein zufall letztes mal war ich in braunschweig und da wurde geheiratet und jetzt bin ich in paderborn und heute wird hier schon wieder geheiratet jetzt noch was essen oder was bei allegro döner das ist halt ostwestfalen da habt ihr halt günstigere preise als in hamburg eine dünertasche für fünf euro das findet man auch nicht mehr so oft oder sitzen wir nun in paderborn und warten auf den döner aber ehrlich gesagt vor 2005 kannte ich diesen verein und diese stadt gar nicht die ersten berührungspunkte kam mit diesem spiel hier 2004 2005 im dfb pokal als der regionalliges der damalige regionalliges paderborn die vermeintliche sensation gegen den hsv geschafft hat mit 4 zu 2 sich im nachhinein allerdings herausstellte dass schiedsrichter robert holzer hat das spiel manipuliert hat und auf kosten seiner wetten zwei sehr fragwürdige elf meter und eine rote karte gegeben hat der mann war das nach dem spiel wurde er lebenslang vom profi fußball ausgeschlossen und durfte kein spiel mit pfeifen jetzt aber zu unseren dünnern ich glaube dass ich wollte ein bisschen scharf drauf haben das ist dann muss es meiner sein ja ich wollte noch ein bisschen scharf drauf haben passt schon ich habe lange nicht mehr daran geglaubt dass man für fünf euro und dünner bekommt er hat seine dünner box für 450 4 50 alter das der schulhof preise und hier hat noch ein zuschauer neben mir seine kickbase elf mit vier hsv spieler dann drin drei mona schon lau reis und glatzel überlegen dass du heute auf jeden fall einen dicken scorer von glatzel holt sogar sein feuerzeug gut gestärkt mit dem sport günstigen fünf euro döner geht es jetzt richtung stadion vom st paderborn und was tippst du heute 21 für paderborn ich weiß du bist nicht der beste tipper aber trotzdem will ich einen tipp von dir hören ja zwar gewinnen wir heute ganz souverän ich tippe 20 den tipp von heute nehmen wir gerne an ja heute erst mal 2 0 und wie du auch schon gesagt dass bobby wird ein tor machen und ich denke nach einer ecke basso wunderschöner blick hier diese einkaufsstraße bei schönem sonnenschein und die tauben ja auch schön am snacken heute auch sehr sehr gespannt auf unsere startaufstellung wichtige spieler fehlen entweder geld gesperrt oder verletzungsbedingt und deswegen bin ich wirklich gespannt was steffen baumgart gegen seinen ex-club heute für eine taktik und für eine startaufstellung ausdriftet getroffen er fragt schon nach dem nächsten blog was tippst du denn so wie letztes heimspiel 3-2 3-2 das war genau auch mein tipp vorhin bei paderborn schießt da immer ein zwei tore das kann man ausgehen ich hoffe es wir verabschieden uns von unserem zuschauer den wir eben getroffen haben aber einen tipp will ich trotzdem noch hören ich habe eben schon gesagt hier 1 1 habe ich gesagt aber ich hoffe auf ein 2 1 also ich denke ja pessimistisch tippen optimistisch bleiben sehr gut und freshes trikot auf jeden fall danke danke hau rein viel spaß haben wir jetzt hier geparkt auf dem parkplatz von der home deluxe arena und da ist das stadion sehr kompakt und klein freue mich auf eine sehr gute sicht jetzt unmittelbar vom stadion gibt es auch noch so ein fanartikel bus vom hsv ich wünsche viel spaß wir sehen uns ob ihr das spiel heute noch guckt und hier sind auch schon die ganzen hsv busse von den mitgereisten hsv fans aus belgien kommen die echt aus belgien angereist wahnsinn mal ein richtig clean blick hier auf das stadion ist echt wirklich nicht groß gefühlt so hoch wie eine normale wohnung oder so hier so ein riesiges paderborn trikot aufgeblasen jetzt gehen wir rein hier noch mal der blick von oben auf die fans wir haben es noch relativ früh eine stunde bis zum anpfiff alles noch sehr gut in der zeit und heute ein neues stadion und das bedeutet meine live reaction und für euch der blick rein in die paderborn arena und wie schon von außen sehr sehr clean und eine super sicht auch eins der kleinsten wo ich je war aber definitiv kann man hier fußball gucken guckt euch das an da ist der gäste blog und es gibt noch mal drei extra rein und wir sind in der allerersten auch davon also super zum film hier freu mich ich freue mich wir haben so geile plätze zum film hier sind unsere beiden plätze von kian und von mir freust dich die offizielle aufstellung von uns ist auch da matteo raab im tor muha im schon lau hat sich hat und reis im defensiven mittelfeld wo reber von der bremth und zu hohnen in der startformation das gefällt mir eigentlich ganz gut er hat mir die letzte mal immer gefallen unser pilg nachzwelle und kürtigster war unsere vorderste front und jetzt wird's laut und jetzt kommt auch unsere truppe zum aufwerfen und jetzt geht's los meine lieben freunde der sc panerbord wie schon im hinspiel ein komplett schwach gegen unseren hsv in hellblau und in dunklen blauen und anschluss ein ganz ganz wichtiges zweifligas spiel wurde von jedem angepfiffen nichts als die drei punkte zu sehen heute das erste mal test den vorderbord von unseren straffer auf vorsicht und in der siebten spiel minute tor für unsere scp tor schützer unserer nummer zehn Kuhn, 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 neuer Spielstand Paderborn. Scheiße ist das doch, Alter. Anstoß. Das ist viel zu leichter. ASO, 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 ASO! Wir sind wirklich von dem Spiel, das ist wirklich kalt, das ist auch gleich schwierig jetzt. Also das ist immer ein Lagerball oder eine Aktion und die Konstruktion ist die Paderborn. Das ist also der dritte Tourismus. Konzentri! Jetzt? Nein, das darf doch nicht wahr sein! Lalala, lalalalalala! Ladala, lalalalalalala! Quassen moiro, quassen moiro! D Mist! Das darf ja nicht wahr sein! Also das darf nicht in unsere Pässe sind wir wirklich bodenlos heute. Sowohl die langen Bälle als auch die Querpässe. Jeder Passe ist ein Fehlpass. Oh nein. Halbe Stumpe gespielt. Komm bitte Dombi, mach mal jetzt was. Schießt um. Nein! Ohnega! Nein, komm! Was ist das denn? Nein! Nein, 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 nein! Zu einer sauschlechten ersten Halbzeit kommt jetzt auch noch eine gelbe Karte für Ludo auf. Du kannst nicht einmal erzählen, dass die hier so auftreten, obwohl die drei Punkte brauchen. Mann, das ist Halbzeit! Das war wirklich gar nichts. Es war wirklich gar nichts. Paderborn macht ein Einschussgefühl. Das ist 1-0. Sie brauchen einen Sieg, wir brauchen einen Sieg. Unsere Jungs sind schon sehr schnell wieder zurück. Jetzt kommen auch die Paderborner. Und wir machen noch mal einen Kreis. Wir schwören uns ein. Es hilft halt nur wirklich ein Sieg. Es muss ein Eier werden. Wir müssen das Spiel jetzt zählen. Und letztens, zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit ist in Gange. Laszlo Banish ist auch in der Partie. Und beide Innenverteidiger wurden ausgetauscht. Komm doch her! Komm! Komm Junge! Nein! Oh mein Gott! Philippe Nia mit dem krassen Schuss. Da wäre es schon krass vorbei gewesen. Es sind noch 20 Minuten Leute. Wir brauchen zwei Tore. Unser letzter Tropf wird gezogen. Maceriata jetzt frisst. Ja! Was macht denn das? Digga wie billig schießt der Lennmann. Das gibt es ja gar nicht. Nein! Kann das nicht mehr. Kann das nicht mehr. Ich habe es die ganze Saison mitgemacht. Wir kriegen ja nicht mal ein Tor geschissen. Nicht mal ein Tor. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wir brauchen sowieso zwei Tore. Und jetzt ist auch schon unser Torwart mit vorne. Und das Spiel ist vorbei Leute. Dieses Tag ist vorbei. Wir haben alles gespielt. Wir haben alles gespielt. Danke Jungs und das ist euer Applaus. Wir haben alles gespielt. Die Hoffnung haben sich alle gebraucht. Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch. Wir haben verschiedene Leute auf jeden Fall. Wir sind verdient. Verdient haben wir es nicht aufgespielt. Wir sind verdient. Gibt es ein Wahnsinn. Der macht unsere Sch35 kann nicht weg. Wir werden die Sch35 im Neur. Wir werden die Sch35. Wir werden die Sch της mitgebracht. Und wenn wir die Sch35 sind. Wir werden die Sch35 in die Sch35 haben. Bitte, mein Lieber. Ich grüße meine Frau Lucia. Wir haben heute Hochzeitstag. Danke, dass ich hier sein durfte. Bei meiner zweiten großen Liebe. Sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich für dich. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Danke dir. Wir gehen enttäuscht nach Hause, Leute. Wir haben verspielt. Es ist vorbei. Es ist Game Over. Ein weiteres Jahr. Zweite Liga ist perfekt. Und trotzdem werde ich nächste Woche noch zum Saisonabschluss gegen Nürnberg hingehen. Wir hatten minimale Hoffnungen gehabt. Und, weiß ich nicht, vielleicht die Spieler auch irgendwo. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, aber die Art und Weise, wie wir heute verloren haben und kaum Chancen erspielt haben, nicht mal ein Tor geschafft haben. Ich raffe es nicht. Ich fasse es nicht. Es ist so enttäuschend. Bei mir fehlen ein bisschen die Worte. Jetzt noch schön auf die Autobahn. Ja. Meine ganze Nacht cutten. Die Art und Weise, wie du es schon sagst, die Art und Weise hat mir heute echt nicht gepasst. Also ich hatte nicht mehr so viel Hoffnung. Aber die Spieler müssen noch Hoffnung haben. Ja, er sagt es. Die Spieler müssen noch wenigstens Hoffnung haben. Wir standen nicht einmal davor, heute irgendwie aufzuspringen und zu jubeln oder irgendwie. War nichts. War gar nichts. Und ja, was soll man machen? Ist halt so. Wir sehen uns nächste Woche. Und nächstes Jahr. Und nächstes Jahr greifen wir dann wieder an. So Leute, wir fahren jetzt zurück nach Hamburg. Lasst gern ein Like da. Diesmal nicht für die Mannschaft, aber für die Fans. Und checkt den Vlog von Kilian aus, aus seiner Perspektive. Sehr gerne. Und abonniert HSV Momente von dem H3. Nächste Saison geht es weiter. Ciao.